tag 1 nach update und damit willkommen zu einer folge clash of clans mit mir im torsten ja ich war jetzt ein tag nicht gespielt weil never play on patch day oder never pay on patch day aber ich habe gestern mir gesagt never play on patch day dadurch habe ich wahrscheinlich ein ck angriff verpasst bei den herausforderern bei free to play hatte ich alles schon vorher gemacht einen tag vorher aber ich bin jetzt tatsächlich das erste mal im spiel ich gucke immer nach neuen member ihr dürft mich immer einladen ich bin raus aus der legende ich bin raus aus der legende okay ich habe aber noch angriffe gemacht leute ich habe noch angriffe gemacht in der legende denn an am mittwoch nee am montag war es mir eigentlich egal ich habe dann noch zwei angriffe gemacht zweimal 40 und habe aber wie gesagt gestern nichts mehr nichts mehr getan ihr seht vor einem tag 13 stunden es gibt auch keine wiederholung wahrscheinlich aufgrund der wartung die ging auch ein bisschen die ging auch ein bisschen länger hatte hatte ich gesehen aber wir wollen uns das update ich will mir das update trotzdem angucken ich wurde die mode ja das ist nicht so schlimm und wir wollen uns auf jeden fall das update oder ich will mir das update natürlich auch angucken denn es gibt natürlich einige punkte okay gibt es das eigentlich auch in deutsch muss ich kann man wieder checken ob es das auch in deutsch gibt oder schon in deutsch gibt man die deutsche übersetzung ist nicht immer eins zu eins da wenn wenn die englische version da ist aber es gibt auch die deutsche version okay es gibt auch die deutsche version hat jetzt noch ein bisschen gedauert also es gibt ein ich habe einige sachen habe ich auch noch gar nicht verstanden es gibt einen bauarbeiter lehrling es gibt man kann die modis einstellen bei den freundschaftsklan kriegen es gibt eine neue truppe den druiden den gucken uns natürlich an den level mal durch denke ich mal dauer und kosten verbesserungen oder verstehen besserung vermutlich jetzt schon auch richtung rathaus 17 gehend was am ende des jahres denke ich mal kommt taktische übersicht der taktische übersicht okay und quality of life verbesserung aber wenn voll ist es voll fehlerbehebung und verbesserung ich glaube dass fehlerbehebung und verbesserung ist der größte part hier im update und ja so ein bisschen hört er ja so ein bisschen ingame sound eben mal alles sammeln hier was wir sammeln können und was wir wahrscheinlich wieder fertigen können ich muss mal eben schauen ich nehme dafür moment das nachtdorf zeug weil ich glaube wir brauchen bauarbeitermäßig gar nichts machen kann ich mir vorstellen es gibt aber doch es gibt die dunkle kaserne zu machen okay leute die dunkle kaserne müssen wir natürlich machen 11 millionen weil dort ist dann wahrscheinlich der der druide drin denke ich mal ja da ist da ist der druide drin und dann schalten uns den erstmal frei würde ich sagen mit 11 millionen ist ein schnäppchen ist ja ein schnäppchen aber wahrscheinlich auch nur aufgrund des passes und den können wir jetzt auch gleich beenden würde ich sagen dann haben wir den frei geschaltet und willkommen druide bei mir im dorf beziehungsweise bei mir hier in der truppe wo ist er war was dunkles war was dunkles da ist er und druide level 1 okay was macht er er halt so ein bisschen truppen also egal ob luft oder boden das habe ich auch schon verstanden gehabt in dem einen oder anderen video was ich geschaut habe und wenn das allerdings ausgeschossen ist dann verwandelt er sich in ein bären und denkt also so ein formwandler oder bei hätte ring ich das irgendwie anders da gab es ja auch so ein der zusammen bären mutiert wurde der allerdings dann auch heftiges getränkt hat zielboden und luftausbildungsdauer es ist ein heiler okay kann man jetzt auf die anderen heiler verzichten oder er nicht wahrscheinlich eher nicht und aber wir können ihn verbessern mit einem hammer des kampfes okay oder wir können ihn auch verbessern wahrscheinlich habe ich auch noch 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 ein buch hier drin denn ich würde ihn ganz gerne durchleveln keine frage ich gucke mal ob ich hier noch ein ein buch habe ja buch des kampfes habe ich und und zweimal hammer das müsste eigentlich reichen das müsste eigentlich reichen wenn ich denn jetzt mein labor finde oder ich finde es labor einfach nicht und bleibt auf der kasernart doch hier ist mein labor und das wird das einzige sein was wir noch leveln können okay machen wir erst mal mit dunklen und ich glaube ich kann das dunkle noch mal benutzen ich weiß es gar nicht ob ich hier im pass okay da man nun helden buch das braucht man nicht die 20 k braucht denn wir eigentlich auch nicht wir haben hier noch eine dunkle runde die können uns abholen wir haben buch des zaubers aber kein buch der truppe war leute wir haben kein buch der truppe das ist nicht so gut ach doch buch des kampfes da ist es okay habe ich mich vertan buch des kampfes und dann füllen wir das dunkle eben mal wieder auf wenn ich denn jetzt mein dunkles mein dunkles ding da finde oder ich muss es gar nicht finden man man muss ja manche sachen gar nicht finden oben bauarbeiter lehrling ein bauarbeiter lehrling der bauarbeiter lehrling hilft bauarbeitern dabei verbesserungen schneller durchzuführen okay einmal pro tag kann er einer laufenden verbesserung zugewiesen werden wenn er sich komplett ausgeruht hat aha okay der sieht aber cool aus der der hat der hat auf jeden fall was und er arbeitet eine stunde pro tag lauma locher voll der lauma locher wenn du sein level erhöht arbeitet er schneller aber nicht aber nicht länger okay was für lauma locher 500 gems wollen die dafür haben nee das meine ich nee 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 der kostet geld okay man kann ihn auch für 349 kaufen ist aber wahrscheinlich einmalig lasse dieses einmalige angebot nicht nee 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 wir wollten die neue truppe testen leute und dazu machen wir uns einmal eben das lager voll und gehen jetzt wieder auf unser labor nehmen uns nochmal den kollegen hier vor auf level 3 ich glaube er geht ja auf level 4 und den nehmen wir einmal hoch damit dürften wir ihn max haben ja jetzt steht da hinten am labor nichts mehr das heißt also mein setup ist auch erstmal wieder completed haben wir uns den hoch gemacht ich habe sinnvoll mein dunkles ausgegeben was ja auch nicht so schlecht ist und habe hier noch ein bisschen was in der schatzkammer wollte jetzt aber gerade die anderen kameraden hier eben losschicken beziehungsweise eben mal gucken was ich hier oben denn so drin habe ein paar gems können uns natürlich holen zweimal dreimal mal gucken was dabei rauskommt das mache ich so alle drei vier tage mal um mein gem verrat so ein bisschen aufzufüllen aber ich wollte den bob hier auf jeden fall schicken den lasse ich erst mal offen hier dann können wir machen den können wir auch machen aber noch was über da leider nicht mehr aber da okay aber dann noch mehr näher haben wir nicht dunkles nehmen wir dafür nicht also können wir hier auch wieder ein bisschen bisschen was leer machen ja das sieht gut aus dann hat da habe ich halt ein bisschen bisschen stadtgold in der in der schmiede aber wir wollten ja hier etwas machen überfallmedaillen okay da habe ich jetzt gar nicht so viele weil ich auch alles ausgegeben hatte hier hinten haben wir auch noch das super eisbad das läuft auch noch einen tag 21 stunden mache ich heute abend so ein bisschen weiter bei meinen anderen accounts da haben wir am montag ein bisschen mit angefangen damit ich bei den 13 an zumindest bei den 13 dann noch den den neuen den neuen sperr bekomme den raketensperr für die gladiatorin aber ich will jetzt eben mal eine truppe umbauen hier lassen wir gerade gucken was wir hier umbauen können wir können hier einmal rausnehmen ich will den ja jetzt nun mal antesten und 16 truppen platz 16 truppen platz wenn wir einen hier rausnehmen und wir nehmen den raus das müsste exakt passen ja das passt exakt und dann nehmen wir aber nochmal ein hier mit rein ich würde aber ganz gern vielleicht zwei mit rein nehmen in die nächste armee nehmen wir zwei mit rein und noch einen magier und dann gucken wir mal wie wir hier zugange kommen wir haben hier erstmal ein hybrid am start dann fordern wir mal eben truppen an und da machen wir auch mal mal endlich mal angriff also im update angekommen die anderen sachen leute die ja im update noch noch drin sind die betrifft natürlich meistens meistens so sachen wie so super truppe bestätigen wäre nett wenn ich das bekommen könnte die betrifft natürlich sachen die die jetzt umspiel sind gewisse sachen sehe ich ja auch noch nicht es gibt hier auch es gibt ja auch ein serienereignis ok und immer noch dem im lampenlicht und es gibt auch eine challenge habe ich auch noch nicht einmal angefangen aber da gibt es ja noch ein paar tage zeit neun tage für das serienereignis hier schließe täglich eine aufgabe in der vorgegebenen zeit ab und deine serie vorzuführen eine längere serie hat das kennen wir schon das kennen wir schon diese geschichte hier okay es gibt auf jeden fall viel erz viel erz viel erz und und es gibt den es gibt dann den bonus den serien bonus also müssen wir machen erziele mindestens 50 prozent zerstörung um diese zu stufe freizuschalten ich denke das bekommen wir hin wenn unsere klampe voll ist wäre schön wenn ich das bekommen könnte ja wäre wirklich schön wenn ich das bekommen könnte ich kann aber auch ein bisschen was für spenden zumindest die das dass das drei erstmal hier oben können wir auch was für spenden nehmen wir das hier und hier haben wir noch eine schöne maschine die ich auch mal wieder verspenden kann sehr schön weil kühlen habe ich im nächsten schritt auch wieder selber auch nicht schlecht 123 nachgebaut ein zauber nachgemacht dann sollte das passen hier habe ich jetzt natürlich eine maschine vergeicht okay ich mache einen kurzen cut hoffe dass mir jemand spendet oder spendet mir gleich selber ich wollte aber nicht mehr so viele medaillen für ausgeben und da machen wir unsere erste attacke mit der neuen truppe dem du ihn okay leute ich habe schon ja ich habe ich habe schon gegner gefunden und aber ja ich habe schon gegner gefunden aber genau immer dieses aber den nehmen wir mit ich habe den jetzt mal eben einmal ein den ruinen einfach mal ohne ohne eine truppe gesetzt wenn man den natürlich ganz alleine setzt dann steht er nur rum und lässt sich abschießen also man sollte schon irgendwie was haben das einem heilt aber ich nehme trotzdem noch die heiler hier mit ansonsten hat er ja nur eingeschränktes kontingent beziehungsweise man kann ihn nur eingeschränkt einsetzen und oi 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 mauerbrecher der nicht mauerbrecher der nicht mauerbericht okay na warte na warte jetzt aber da sind wir schon mal drin aber einen habe ich jetzt schon verschwendet kommen wir noch ein weiter rein eigentlich müssen noch einen weiter rein bekommen bekommen wir auch sehr schick das machen wir mal eben so ein bisschen mundtot da und letztendlich möchte ich natürlich ganz gerne den adler haben jetzt ballern die natürlich ein bisschen mehr durch den wutzauber aber jetzt bekomme ich auch den adler das ist nicht schlecht und ja das ist jetzt eine gute frage und nicht nicht verloren gegen queen das ist eine gute frage wo wir den mit einsetzen ich würde sagen wir nehmen den hier mal beim king wir nehmen den da mal beim king mit rein den guten ratus haben wir bekommen okay da ist er bleibt auch schön auf den king drauf allerdings ist er jetzt gleich auch schon hin oder ist jetzt gleich schon hin naja wir ich muss mit dem hybrid hier rein da gibt es bestimmt noch irgendwelche helden zu machen aber wir müssen hier vorne so ein bisschen aufpassen auf unsere ganze meute hier gibt es vielleicht noch mal so ein paar oh den habe ich den habe ich echt cool geworfen gerade den habe ich gerade wirklich cool geworfen den den gift zauber der war so ein bisschen proaktiv aber hier hinten steht auch noch so viel okay dann müssen wir hier auch so ein bisschen agieren können wir hier hinten schon ein bisschen bisschen mit weiter aufräumen 12 weil die da jetzt gerade ballern kriegen wir auch ich habe die kleinen hocks noch und aber ich glaube mein ist ist er noch am start hier hat er da ist er da ist er der hoschi hier der druide da ist er okay er tankte die mauer null schaden oder ich würde sagen der macht null schaden an mauern was natürlich sehr schade ist und ich habe aber noch meinen royal champion den könnte ich jetzt mal werfen jetzt habe ich nämlich noch ein paar hocks mehr drin und komme jetzt an die weit entferntesten an die weit entferntesten defensiv gebäude okay den haben wir auf jeden fall auf null gemacht sehr schick und also schlecht ist er nicht wie gesagt ich habe den eben ich habe den eben mal ausprobiert das kann ich schon mal einfordern und in 23 stunden 59 minuten was nächste ihr habt wahrscheinlich schon das zweite spiel freigeschaltet weil ich das erste spiel halt gestern nicht gemacht habe und aber ich habe ich habe ich habe ich habe das eben mal 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 getestet mit den druiden ich habe den hier oben gesetzt und einfach alleine da lässt er sich abschließen er braucht also irgendwas natürlich wo er heilung verteilen kann und deswegen also das finde ich das finde ich übrigens dieses ich greife mich selber an ist eines der besten sachen in clash of clans sie ich würde fast sagen jemals rausgekommen sind denn so kannst du echt geil testen brauchst keinen zweiten dafür oder oder was auch immer oder test ist das hier halt im angriff sondern kannst das einfach so machen ich habe noch keine clan book okay dann gebe ich mir die eben mal selber danke dass ich im clan book bekommen habe ich muss also nicht immer alles mit den mit den medaillen kaufen und so 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 passt es weil die will ich würde ich ganz gerne ausgeben und ich weiß halt jetzt im moment noch nicht nimmt man jetzt ein davon mit nimmt man zwei davon mit oder nimmt man fünf davon mit keine ahnung das kriegen alles raus im laufe der zeit welche taktiken damit laufen ich meine okay jetzt mit dem mit dem geheilten king und so aber dann steckte der in der mauer drin also aber ich habe jetzt eine truppe dabei die macht mauern auf wir nehmen den einfach mal mit hier ja ich habe ja toto immer daran denken du hast keine heiler das muss ich mir immer wieder sagen oder ich habe keine heiler aber doch ein habe ich habe ja jetzt ein heiler eine habe ich ja okay aber ich denke mal einer einer ist zu wenig an ich habe zwei heiler dabei okay ich habe zwei heiler dabei mal schauen und ein mauerbrecher ein king ein davon ein davon den lassen wir mal erst noch man kann das natürlich eher erst mal sehr sehr schlecht sehen hier was hier eigentlich tatsächlich passiert und wir wurzeln das zeug hier hinten mal weg nicht dass der unsichtbarkeitsturm da auslöst aber sind hier schon mal so ein bisschen ran an der base das stück legen wir hier mal mal längs würde ich sagen wir können das aber auch still legen das stück hier hinten dann geht es auf jeden fall so ein bisschen weiter da die richtung rathaus am rathaus ist mein world champion ok hier haben wir jetzt im bären da haben wir den bären der jetzt hängt ok dann können wir hier unsere magier mal mit rein schicken da ist der bär der tankt ok könnte jetzt könnte natürlich wieder sagen was er wollte ja geile taktik toto damit lest du im moment alles und die rudreiter haben endlich noch einen zusätzlichen heiler dazu bekommen klar kann man kann man das auch so sehen ich nehme hier meine richtig noch mit rein und kriege jetzt auch die defensive in den sperr acht mal schießt der sperr mit rakete danach schießt er nicht mehr mit rakete sondern ist wieder ganz normaler sperr sieht aber noch ganz gut aus ich habe auch kein tank mehr ich habe nur noch ich habe nur noch den rollchampion sich gerade und so ein paar jeti mit aber der rollchampion schafft er noch aber jetzt dass das wird schwierig das wird schwierig haben aber noch frosty und der geht rauf okay ärgerlich 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 ok frosty ja die bogenschützentürme sind schon ziemlich stark ich habe jetzt aber eben auch schon rausgefunden wo man das andere eigentlich einstellt drei sterne werden das natürlich leider nicht in 36 sekunden da ist einfach der bogenschützenturm zu stark ihr seht das da geht richtig feuer noch mal ab aber dennoch noch mal ein paar eiswürfel mitgenommen was ja auch nicht schlecht ist ich will ja letztendlich die neue truppe testen wir nehmen den noch mal mit und ich habe jetzt eben schon mal ein clan herausgefordert und dort kann man die geschichte einstellen dass man hier unten schwieriger modus gibt es auch eine infokachel die verteidigungsanlagen richten fünf prozent mehr schaden an angreifende helder haben zehn prozent weniger trefferpunkte und verursachen 15 prozent weniger schaden das ist ja erst mal im kommen diese diese modis ich denke mal ich kann mir vorstellen dass später mehr modis gibt wo man dann auswählen kann allerdings glaube ich muss der andere clan das auch akzeptieren wenn er das nicht akzeptiert und sagt nee wir wollen neun wir wollen den anders spielen dann muss man das wahrscheinlich anders machen wie viel an man kann eh nur zwischen ein und zwei angriffe wählen hier und 15 30 eine stunde okay das kann man natürlich unendlich machen bis auf einen tag sogar okay und vorbereitungsphase kann man das auch einen tag machen ja aber länger als ein tag geht da auch nicht okay ich wollte das nur mal so durch klicken weil wir machen hier so gut wie keine freundschaftsangriffe von daher die anderen sachen lese ich mir durch und ich bin aber erst mal wieder im spiel angekommen das habt ihr jetzt gesehen oder mitbekommen das ding da oben das serienereignis da geht es halt im moment nicht weiter und hier können uns aber noch mal ein paar sachen abholen so viel geht hier glaube ich sowieso nicht in ein tag 21 stunden sollte ich auch die anderen accounts durchbringen donnerwetter jetzt haben wir lange folge gemacht aber ich hoffe das hat euch trotzdem ganz gut gefallen wenn ja dann lasst mir einfach ein daumen nach oben da abonnieren nicht vergessen am kanal dran bleiben heute abend sehen wir uns zum deutschland spiel deutschland gegen ungarn 18 uhr live bei mir auf htps doppelpunkt schräger schräger twitch punkte frau schräger tuto clasht bis dahin tschau tschau euer toto flasht